Shit. Was? Ich bin nicht der Einzige mit einem Drop hier im Zug. Du erinnerst dich nicht mehr an mich? Du siehst aus wie alle weißen Penner, die ich hier gesehen habe. Wirklich? Hier geht noch was anderes ab. Wir müssen uns einen Plan überlegen. Wir bereiten uns gemeinsam vor. Oder wir sterben allein. Alter!